Prüfungen finden, wie ihr das schon von der Schule gewohnt seid, schriftlich oder mündlich statt. Oder es kann auch sein, dass ihr ein Projekt anfertigen müsst. Für einige Fächer müsst ihr Vorleistungen erbringen, das kann z.B. eine Verrat oder auch eine Laborarbeit sein, damit ihr die Prüfung überhaupt schreiben dürft. Die Informationen dazu findet ihr auch nochmal auf der Homepage unter dem LSF Campus Management. Dort könnt ihr auch die Anmeldungen zu den jeweiligen Fächern ausfüllen und nach den Prüfungen findet ihr da auch eure Noten. Habt ihr eine Prüfung zwar bestanden, seid aber mit der Note nicht zufrieden, könnt ihr die Prüfung leider nicht freiwillig wiederholen. Eure einzige Chance wäre jetzt, dass ihr, wenn ihr das während der Prüfung merkt, dass es nicht so läuft, dass ihr einfach ein weißes Blatt abgebt und absichtlich durchfallt und dann beim nächsten Mal richtig lernt und dann eine gute Note erhaltet. Solltet ihr eine Prüfung nicht auf Anhieb bestehen, was so viel bedeutet wie ihr habt eine Note, die schlechter als 4,0 ist, habt ihr im nächsten Semester dann die Chance, die erneut zu schreiben. Sollte es in dem Versuch wieder nicht klappen, könnt ihr einen Härteantrag stellen für eine dritte Chance. Dafür müsst ihr dann berechtigte Gründe vorlegen können. Sollte dann auch der dritte Versuch scheitern, erfolgt die Exmatrikulation. WDR 2019 ≫ ≫ ≫